Grüß euch. Schaut's wer da ist. Servus. Der Peter aus Mittelhessen in Bayern. Gigantisch. Erwin besuchen. Wunderbar hier. Ganz großartig. Waren beim Tabak waren Bosch. Haben natürlich HU mitgenommen. Ist klar. Der Erwin. Ist aber nichts für mich, wie ihr euch vorstellen könnt, aber für den Erwin ganz was Leckeres. Er hat jetzt aber seine Geschmacksnerven schon etwas stapaziert, der Tabak. Ich habe jetzt hier noch einen anderen, vom Peter. Warte mal. Michael, auf deine Empfehlung hin. Haben wir den Casablanca Feeding gekauft. Wir sollen uns dazu noch eine Meinung anbinden, aber gegen den Khartoum in Erwins Mund kommt er im Moment nicht an. Also der kommt nicht mehr durch. Muss ich nachher mal schauen. Muss ich noch ein bisschen testen. Aber irgendwie fehlt mir das Pfeiffert. Danke dir. Sehr liebenswürdig. Stefano raucht mit. Ja gut. Wir lassen es uns hier jetzt noch gut gehen. Und alles Gute dabei. Bleibt gesund. Fert euch. Servus. Ja. Hatten die ja. Haben wir die ja nicht.